Hier präsentieren wir die 5 beste Aprikosenmarmelade Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Bonnemaman Aprikosenkonfitüre 30 Gramm. Jede 100 Gramm Bonnemaman Aprikosenpfirsichkonfitüre extra enthält 50 Gramm Früchte. Bei der Herstellung wurden 31% Aprikosen, 19% Pfirsiche, Zucker, brauner rohe Zucker, konzentrierter Zitronensaft und das Geliemittel Pectin Ketrus verwendet. Der Fruchtanteil liegt also bei 50%. Jedes Glas wiegt in der Regel 370 Gramm. Die ursprüngliche Konfitüre aus Frankreich heißt Bonnemaman. Dank der französischen Rezepte schmeckt die Konfitüre wie von Grund auf neu hergestellt. Es ist verblüffend zu sehen, wie die Aprikosen und Pfirsiche miteinander kombiniert werden. Nummer 4. Schwartau Extra Aprikose Konfitüre. Die 600 Gramm Schwartau Konfitüre Extra Aprikose ist im 6er Pack erhältlich und ist vegan, glutenfrei und laktosefrei. Sie ist frei von Farbstoffen, Aromen und Konservierungsmitteln. Konfitüre Extra hat einen Kaloriengehalt von 231 und 55 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Als Bestandteile sind Aprikosen, Zucker, Zitronensaft Konzentrat und das Geliemittel Frucht Pectin angegeben. Der Aprikosenanteil liegt bei 50%. Das traditionelle Morgengericht für die ganze Familie ist Schwartau. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Stautskonfitüre Reine Frucht Marille 250 Gramm. Für die Herstellung von Staut purer Fruit Aprikosen Konfitüre werden handverlesene Aprikosen verwendet. Pectin, Apfelsaft Konzentrat und Apfelfruchtsüße sind weitere Zutaten. Die Portionsgröße beträgt 250 Gramm und 60% des Glases bestehen aus Früchten. Pro 100 Gramm Konfitüre sind 40 Gramm Zucker enthalten. Im Vergleich zu anderen Konfitüren ist die Zuckerkonzentration bescheiden. So sind nur 179 Kalorien pro 100 Gramm enthalten. In Österreich werden Marillen auch als Marille bezeichnet. Bei der Herstellung des Fruchtaufstrichs wird die Masse unter Vakuum langsam erhitzt, noch heiß abgefüllt und pasteurisiert. Dieses österreichische Produkt ist erstklassig. Nummer 2. Amazon Marke Happy Belly Select Aprikosen Konfitüre Extra Die Aprikosen Marmelade der Amazon Eigenmarke Happy Belly Select ist frei von Pectin, Gluten, künstlichen Farb, Konservierungs- und Aromastoffen und hat einen hohen Fruchtanteil von 75%. Es ist für Veganer geeignet. Auf Amazon wird ein 530 Gramm Glas der Konfitüre im Doppelpack angeboten. Die Bestandteile sind Zucker, Zitronensaft und Aprikosen. 100 Gramm Marmelade haben 62 Gramm Zucker und 265 Kalorien. Und die Nummer 1 unserer Liste. Centis Landliebe Aprikosen Konfitüre Extra 200 Gramm Die Aprikosen Konfitüre Extra von Centis Landliebe enthält 55 Gramm Früchte pro 100 Gramm. Verwendet wurden Aprikosen, Zucker, Zitronensäure als Säurungsmittel und Pectin als Geliermittel. Bei der Herstellung wurden keine Aromen, Konservierungsstoffe oder Farbstoffe zugesetzt. Jedes Glas wiegt 200 Gramm und ist erhältlich. Wir haben nur die besten Früchte von ausgewählten Obstbauern verwendet und eingekocht. Die traditionellen Varianten der Aprikosen Konfitüre sind Gelee, ohne Kerne und mit Stücken. Sie lässt sich auch mit Fruchtstückchen gut verstreichen.